hallo und willkommen zurück zu ergänztes storm hier probieren wir es noch einmal probieren wir es noch einmal holen grundstand zurücksetzung brauche ich die eigentlich nicht auf ein neues auf ein neues der dritte versuch als vizekönig hier durchzukommen so es gibt nur verbotene lichtungen nach da potzfeller da rein ja 1 2 3 4 so dann brauchen wir logischerweise ein paar häuser so tischler denn oben die mühle werkzeug geladen fresse nein schreibhaus tempel handwerker aber lager das gut apotheker tuchmacher schreibhaus ziegelei ja komm und los geht's du da hinten so du brauchst dekorationen ne vier grüne das sind fünf ich hab mich vertan oh ne so da voran machen rüstung des feuers ermöglicht es von wert in der der abnis effizienter zu bekämpfen jede verbrannte zyste entfernt zusätzlich 50 verderbnis und das klingt gut das klingt gut den muss ich nämlich auch haben den erntelager steine mit stop so jetzt lass mich eben mal gucken hier ich brauche nämlich was war das erntelager dahin dich reiß ich ab stein mit hab ich zwar nicht ne und 10 ziel bräuchte ich auch den bauen wir dahin so jetzt könnte wieder gas geben jetzt könnte wieder gas geben die dritte runde neue runde neues glück oder wie war das das bräuchte ich auch noch 10 ziel alter was bist du denn ein oooohhhhhh scheiii riesen sturmvogelnest nervenkitzel der erkundung Zorn des Sturmvogels Wenn du das Nest des Sturmvogels störst, wird sofort ein Sturmheraport beschworen. Er hält an, bis die Speer ihre Arbeit an dem Ergebnis abgeschlossen hat, nur aktiv, wenn man entsprechenden Lichterreignisse gearbeitet wird. Der Sturm endet jedoch nicht, wenn an der Arbeit... Okay, ich mach erst mal langsam. Ich mach erst mal... Sieht der krass aus. Oh, da muss ich ein Bild von machen. Tut mir leid, aber das ist mein... Oh, geil! Oh, genial! Oh, schön! So, ich bräuchte Gemüse, ne? Oder Beeren. Ja, hab ich noch. Oh, schön, 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 schön! Respect, respect. Ich sammle mal die Beeren, weil dann kann ich mich hier auf die Beeren gehen. Wahnsinn! Geil! Dauerhaft wird nicht entfernen, wenn das dazu höhere Lichtungsereignis abgeschlossen ist. Brutale Armdämmerung. Durch seine riesige Flügel kann der Sturmvogel noch mehr Gewitterwolken über die Siedlung bewegen. Dorfbewohner erhalten während jedes Sturms Entschlossenheit und wird mit der Feindlichkeitsstufe multipliziert. 35 brauche ich. Ich muss. Ich brauche die Beeren da raus. Komm, nur die Beeren. Gib mir nur die Beeren. Der geht nämlich gleich. 11 Leute, seid ihr doof. Aber ist doch nicht wahr. Ah! Oh, sieht der genial aus! Ah! Vier Minuten. Und er braucht dann noch mal vier Minuten zum Dings, ne? Ich sehe es schon wieder kommen. Ich sehe es ja schon kommen. Ich sehe schon wieder meinen Untergang. 15 habe ich. 1, 2, 3, 4, 5. Oh Mann, 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 ich hasse das, ne? Wenn alles auf Zeit... Oh, das wird ja Wahnsinn. 15 immer noch. Sechs Lichtungen in sieben Minuten hatten wir schon, ne? Ich glaube, das wird nicht funktionieren. Ich glaube, ich glaube, mir blüht ein Unheil. Ich glaube, mir blüht ein Unheil. Und da kann ich auch noch mal einen Speicher reinbauen. Och nö, och nö, och nö, och nö, och nö, och nö, och nö. Sehr schön. Du nervst. Du nervst. Merkt man, dass ich ein klein wenig angespannt bin? Und nein, ne? Jungen, was ist denn dein Problem? Ja, wir klauen dir die Eier. Es sind doch nur drei Stück. Es sind doch nur drei Stück. Komm, bring die mal zurück. Und wenn du die nämlich da im Lager liegen hast... So, dankeschön. Könnt ich nämlich hier mal voran machen. Ja. Alter Vater, ey. Ich hab noch drei arbeitslose Biber. Oh, guckt's euch an, ey. Boah, ist das ein geiles Bild, ey. Scheiße. Scheiße. Wahnsinn. Also, das Spiel, ne? Das ist so faszinierend. Alter Vater, ey. 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 Den Pestfreund, den brauchte ich auch so langsam mal, ne? Ähm, 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 zehn Ziele brauch ich. So, den hab ich schon mal fertig. Füllt, überfallene Holzarbeiter. Ja. Küfferei, Tischler, Kochhaus, Tempel. So, nehm ich den, ne? Zwölf. 375, was kann ich noch verkaufen? Was kann ich noch verkaufen? Sehr schön. Haben wir die auch fertig. Plantagekräutersammler Ranch. Ranch, 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 Ranch. Ranch, Ranch. Nehm ich die Plantage. Kann ich die nehm ich hier hinbauen? Ja. Und dann brauche ich, dann brauche ich die primitive Werkbank. Und dann brauche ich hier einen Speicher rein. Dann bauen wir hier nämlich einen Speicher rein. Dann haben wir den nämlich auch schon. Oh, du kannst abbauen. Ich bin fertig. Ich bin fertig. Danke. Wie schön. So, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Kannst du nicht einfach gehen? Bist du doof? Bist du doof? So, dann bauche ich mich jetzt da. Den Speicher rein. Oh, sehr schön. Sehr schön. Da komme ich nicht dran, ne? Fehlt mir der Nahrungssammellager. Genau. Da fehlen mir die Bretter. So. Da kommen die nächste Waren behalten. Und was habe ich hier? Nachbarschaft. So. 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 Habe ich noch drei... Das. Das habe ich. 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 Ich. Dasадige. Dann müsste ich so langsam mal. Der kann ja raus hier. Den kann ich da irgendwo hinpacken. Oh. Schon viel Arbeit. Was bist du denn? Eine Überraschung lag die andere. Alter, was? Kalte Flamme. Das blendende Licht ist direkt auf die Feuerstelle der Siedlung gerichtet. Die Feuerwerter sind machtlos. Fischmännchen verwandeln das heilige Feuer in eine kalte Flamme. Sie erhöht die Feindlichkeit des Waldes für jede Feuerstelle in der Siedlung um 300. Ist nur aktiv, wenn an der entsprechenden... Okay. Ziegelei. Ausschlachten, ne, war das. Kann ich sowieso nicht machen. Seh mal. So, hier rein. Jetzt lass mich überlegen. Lass mich überlegen. Wenn ich den Speicher jetzt hier hinbaue, ist der Weg kürzer, ne? Die brauchen 30 Seemark, brauchen die, ne? Okay, das heißt... Okay, das heißt... Die raus... Da rein. Da rein. So. Der Speicher wird... Ja, abgerissen. Den setze ich hier rein. Da. Dann ist der Weg nämlich kürzer. So. Genau. Clever gemacht. Habe er clever gemacht. So. Du gehst da rein. Du produzierst jetzt erstmal nur Bretter. Bei Holz habe ich... Dich hole ich auch mal komplett da raus. Wobei, zwei lasse ich drinne. Da ist auch nichts mehr, da kannst du auch raus. Sehr schön. Ich glaube, wir könnten das diesmal schaffen. 16 habe ich schon. Mann, du... Ey. Ist... Ist echt der Wahnsinn, was hier abgeht. Kann ich da nämlich noch einen mit reinklatschen? Boah, das ist jetzt. Ich weiß, ich weiß, die sind... Im Moment sind die Macht los, aber ist nicht schlimm. Hier, blaue Brotstahl noch. Ne? Ja. Du bist am Untersuchen. Sehr schön. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 29. 29. 29. 24. 40. 76. 79. estabeim. 39. 32. 64. 44. Und dann sehen wir uns mal an, was der Turm da sagt. Stille Plünderung, Speerlern beim Plünderung, Auffordernung. Nehme ich das. So. Und ich sag bis zum nächsten Mal. Wir gucken uns dann an, wie das ganze Ding hier leuchtet. Und dann sehen wir mal weiter.